Das Innovationscafé Innovationscafé? Klingt ja ganz cool, aber was ist das? Und was passiert da? Jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr geht die Gründungsförderung des SCE in die SteeCase Creative Hall ein, dem Veranstaltungskreativraum des SCE. Die Veranstaltung richtet sich an unternehmungslustige Studierende, Start-up-Teams und alle möglichen Gäste, die an Entrepreneurship interessiert sind. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung auf der Veranstaltungsseite www.sce.de-events ist für die Vorbereitung äußerst hilfreich. Eine aktive Teilnahme und Neugier auf innovative Ideen und neue Kontakte sind gern gesehen. Der Ablauf des Innovationscafés hat meistens folgende Struktur. Zu Beginn werden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüßt und die Gründungsförderung des SCE stellt sich kurz vor. Danach bietet sich die Möglichkeit, das eigene Start-up kurz zu pitchen. Ein Pitch ist eine kurze Vorstellung, die auf das Wesentliche beschränkt ist. Jedes Start-up bekommt zwei Minuten für die Vorstellung. Nach 90 Sekunden wird mit einer gelben Karte die bereits abgelaufene Zeit signalisiert und bei zwei Minuten wird die rote Karte gezogen. So kann man lernen, die eigene Idee kurz und knapp, aber klar rüber zu bringen. Das ist eine gute Übung für zukünftige Pitches vor wichtigen Geschäftskontakten wie beispielsweise Investoren. Wer beim Innovationscafé einen Pitchslot möchte, muss sich spätestens bis einen Tag vor der monatlichen Veranstaltung bei den Organisatoren des SCE dafür anmelden. Deren Kontaktdaten stehen ebenfalls auf der Website. Im Anschluss gibt es immer einen Vortrag oder eine Podiumsdiskussion zu gründungsrelevanten Themen wie beispielsweise PR für Start-ups, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht oder zur richtigen Preisgestaltung. Hierfür werden stets Spezialisten der jeweiligen Bereiche eingeladen, die danach gerne individuelle Fragen beantworten und sich auf interessante Diskussionen einlassen. Nach diesem offiziellen Teil des Abends darf genetzwerkt werden. Hier können sich alle Gäste bei Snacks und Getränken in netter Runde kennenlernen und neue Kontakte knüpfen. Man kann sich direkt über alle Angebote des SCE informieren, mit Gleichgesinnten diskutieren, mit den Teams der Start-up-League-Unterheiten und natürlich kreative Ideen austauschen. Also, komm vorbei! Schnupper ein wenig Entrepreneurship-Luft und lass dich inspirieren. Weitere Informationen und Angebote gibt es unter www.sce.de aden- Vielen Dank! Danke! Bis zum nächsten Mal.